hey kids pünktlich zum sommer und zum ferienstart habe ich heute ein neues kreatives projekt für euch wir basteln heute wasserbälle und dafür braucht ihr haushaltsgummis spülschwämme und eine schere das war schon ich zeige euch gleich in der anleitung wie einfach es geht und wir sehen uns danach wieder bis gleich so Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Damit könnt ihr diesen Sommer, wenn es richtig heiß ist, jede Menge Spaß haben. Ich wünsche euch wie immer viel Freude beim Nachmachen. Produziert ganz viele Wasserbälle und genießt einfach den Sommer. Habt ganz tolle Ferien, seid gesegnet. Bis bald. Ciao. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.